So, wir beginnen erstmal mit was zum Aufwärmen. Wer von euch hat denn schon mal ein Foto gemacht? Egal ob mit Smartphone, Kompaktkamera, Spiegel, Reflex, ganz egal. Einmal Hände nach oben. Wahnsinn. Aber jetzt ist es wirklich interessant. Wer hat denn später mal auf dieses Foto geguckt und dabei was gelernt? Klassiker wäre hier zum Beispiel Finger aus dem Objektiv oder so. Okay, aber immerhin. Bei mir war das tatsächlich häufiger der Fall. Und ich habe durch die Fotografie eben gelernt, dass viele Sachen, die ein geiles Foto ausmachen, sich auch auf mein alltägliches Leben in Anführungszeichen übertragen lassen. Das sind jetzt gar nicht so die ganz abartigen Dinge. Wir werden auch gleich darauf zu sprechen kommen. Aber im Falle der Fotografie hat es bei mir einfach sprichwörtlich Glück gemacht. Wann immer ich in einem anderen Bereich, zum Beispiel Fitness oder Ernährung oder Business, irgendwelche Probleme gehabt habe oder nicht das Ergebnis erzielt habe, was ich mir erwünscht hätte. Dann habe ich mich gefragt, hey, wenn es um ein Foto ginge, würde ich es genauso machen. Und klar, verbessern kann man immer was. Die Frage ist halt nur wie. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, um diese Philosophien oder Leitsätze, die ich aus der Fotografie genommen habe und in mein alltägliches Leben adaptiert habe. Bei mir ist jetzt die Fotografie oder halt die Landschaftsfotografie. Bei euch kann es was komplett anderes sein. Aber das ist eigentlich egal. Solange ihr dafür brennt, bin ich sicher, dass ihr da Parallelen findet. Okay, beginnen wir direkt mit Punkt 1. Wenn du außergewöhnliche Ergebnisse willst, musst du deine Komfortzone verlassen. Außergewöhnlich. Nicht gewöhnlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kasse stehe, im Supermarkt und ich sage zur Verkäuferin, ich möchte Ihnen kurz ein Kompliment machen für Ihre schöne Haare. Sie haben so eine tolle Frisur. Gerade beim Wachhausbandauflegen habe ich mir das gedacht. Und das wollte ich Ihnen einfach nur mitteilen. So, die sagt dann nicht zu mir, mach 3,50 bitte. Die wird sagen, ja danke oder gib mir irgendwelche Rabattcoupons. Oder erzählt abends, wer weiß. Oder erzählt abends an Ihren Mann zu Hause, heute war in einem Geschäft, der hat mich von meinen Haaren gelobt. Irgendwas wird passieren. Aber in jedem Fall unterscheidet es mich von dem Kunden zuvor und von dem Kunden nach mir. Kommen wir langsam auf die Fotografie zu sprechen. Wer erkennt denn, wo dieses Foto aufgenommen wurde? Dürft ruhig rein sagen dann. Da habe ich es gehört schon. Genau, Yosemite Park. Das ist das sogenannte Tunnel View im Yosemite National Park. Wunderschöner Park, wilde Bären, super Gebiet zum Heigen und Wandern. Der exakte Aufwand dieses Foto zu machen? Null. Ich habe dieses Foto direkt vom Parkplatz gemacht. Ohne Scheiß, 5 Meter von der asphaltierten Straße ist eine Haldebucht. Da gehst du rein, machst dieses Foto. Links und rechts von mir waren Dutzende andere Leute, die haben genau wie ich in die gleiche Richtung dieses Foto gemacht. Ganz nettes Bild und auf jeden Fall sehr schöne Landschaft. Aber in diesem Sinne nicht außergewöhnlich. Ich spoilere schon mal, dieses Bild ist auch aus den USA. Wer kann mir sagen wo? Ich höre es noch nicht. Also irgendwo hat San Francisco gemummelt, genau. Wieder ein sehr schönes Bild und ich verknüpfe damit auch echt tolle Erinnerungen. Aber ist es außergewöhnlich? Nochmal gleiches Spiel. Wo sind wir? Bitte? Wer auch immer das war, Volltreffer. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich sagen, seht ihr, das ist der Unterschied. Weil bei den ersten beiden Bildern, da habe ich vielleicht ein ganz klitzeklein wenig an meiner Komfortzone gekratzt. Man muss früher aufstehen, um das gute Licht zu erwischen. Oder im Fall der Golden Gate muss man so ein paar Klippen runtersteigen. Aber das hier ist eine ganz andere Hausnummer. Meine Komfortzone, die war überhaupt nicht mehr in Sichtweite. Bei großer Hitze bin ich vollbepackt mit Camping-Equipment, Kameragier, Lebensmittel und so weiter auf 4.000 Meter nach oben gewandert. 4.000 Meter, muss ich überlegen. Einer der höchsten Berge der Alpen, das Matterhorn, ist gerade mal 500 Meter höher. Also da geht schon was. Am Anfang ist es doch wie eine normale Wanderung. Aber je weiter du nach oben kommst, wird es so schwarzer Lava-Kies, sag ich mal. Sinkst immer wieder knöcheltief ein, rutscht wieder einen Schritt zurück und so. War wirklich anstrengend. Nach ein paar Stunden habe ich es auf jeden Fall geschafft, bin oben angekommen. Aber da wurde es erst richtig schlimm. Denn ich hatte leider hämmernde Kopfschmerzen bekommen. Am liebsten habe ich mich sofort ins Zelt geflaggt und fertig. Habe ich natürlich nicht gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe mich draußen hingesetzt und gewartet. Stundenlang. Mittlerweile war es kalt geworden, Nacht geworden. Ich habe meine hämmernden Kopfschmerzen. Der Vulkan, kein Funken. Irgendwann hat er mich erlöst. Die Fontäne ging und das Bild entstand. Der Mann hat es schon richtig gesagt. Der Vulkan ist der Fuego und die Lichter im Hintergrund gehören zu der Stadt Antigua in Guatemala. Der Vulkan ist hoch aktiv. Das muss man dazu sagen. Der Ausbruch an Sieg ist jetzt nicht in dem Sinne außergewöhnlich. Aber dafür habe ich definitiv meine Komfortzone verlassen. Und ich hoffe, ihr seht es wie ich, das Ergebnis ist ein außergewöhnliches. Wenn wir von Komfortzone verlassen sprechen, dann darf Weihwasch in den peruanischen Anden nicht fehlen. Dieses Gebiet liegt extrem abgelegen und allein die Anfahrt mit dem Colletivo, so heißen diese Busse dort, ist ein Abenteuer für sich und sehr spannend. Eine Woche waren wir im Gebiet Wandern. Wir, das sind ein lokaler Guide, ein Eseltreiber, meine Freundin, die auch gerade im Bild zu sehen ist und ich selbst. Und dann natürlich die vier Esel, die uns mit dem Gepäck geholfen haben. Dieses Gebiet ist hier abgelegen, ich habe es schon gesagt. Es gibt dort keine Infrastruktur, es gibt keine Straßen natürlich, es gibt dort auch kein Stromnetz oder so. Es gibt nicht mal Mobilfunk, aber es gibt fließend Wasser. Es gibt dort einige Bäche, da kann man sich das Trinkwasser rausschöpfen, man angelt sich seine Fische dort. Alles sehr Outdoor-Abenteuer. Das Ungünstige war, während der Zeit, als ich dort war, kam das Wasser leider auch heftig von oben. Es hat sehr stark geregnet und wer schon mal tagelang im Regen Wandern war, im Nassen dann sein Zelt aufgebaut hat und dann im Schlafsack reingemummelt ist, der weiß, es gibt Angenehmeres. Hinzu kommt die Höhe. Außerhalb des Himalaya gibt es tatsächlich kein Gebiet, was eine so hohe Dichte an 5000ern und 6000ern hat. Ich sage mal, wenn ich jetzt so ein Local bin, der da aufgewachsen ist, dann ist es vielleicht jetzt auch nicht das Allerschönste, im fließenden Regen irgendwie pass hoch, pass runter zu laufen. Aber glaubt mir, meine Komfortzone liegt noch mal ganz woanders. Es hat mir aber trotzdem nichts ausgemacht, weil belohnt wird man dann eben mit einer Aussicht oder mit Landschaften, die man so eben nicht so oft sieht und die deswegen in meinem Portfolio einen außergewöhnlichen Stellenwert einnehmen. Wenn du außergewöhnliche Ergebnisse willst, musst du deine Komfortzone verlassen. Punkt 2. Glaube an dich und geh ein wenig Risiko ein. Nehmen wir mal Fußball, Elfmeter. Alle gucken zu, wer schießt. Wenn du jetzt verwandelst, dann bist du der große Held. Haust du dir daneben, gibst im schlimmsten Fall die dicken Prügel. Oder ich jetzt gerade. Hier, trockener Mund. All eyes on me. So. Aber Zweifel hat jeder hin und wieder mal. Ist ja ganz normal. Gehört auch dazu. Ist ja auch nichts Schlimmes oder so. Nur ich glaube, dass viele sich von ihren Ängsten oder Zweifeln dann ein bisschen zu stark blockieren lassen. Anfang des Jahres war ich für drei Monate in Finnes Stadtland unterwegs. Zu der Zeit ist dort nicht nur eisiger Winter, sondern es ist auch die sogenannte Karmus. Oder bei uns besser bekannt als Polarnacht. Viele wissen jetzt wahrscheinlich, während dieser Zeit kommt die Sonne nicht mehr über den Horizont. Und es bleibt deswegen weitestgehend dunkel. Zudem ist in dem Gebiet sehr dünn besiedelt. Und es gibt dort tatsächlich weniger Menschen als Rentiere. Dementsprechend so ein Bild recht häufig. Die Zeit war ein einziges Abenteuer. Temperaturen von bis zu minus 42 Grad Celsius. Man muss sich das mal vorstellen, eure Fischstäbchen daheim liegen bei minus 18 in der Gefriertruhe. Es ist unglaublich kalt. Schnee, ich übertreibe hier wirklich nicht Schnee, Meter hoch. Wenn du ohne Schneeschuhe oder Ski unterwegs bist, singst du mindestens hüfthoch ein. Ich habe es probiert. Du kannst dich nicht fortbewegen. Es geht nicht. Dafür wirst du belohnt auf vielfältige Weise. Die Natur ist wunderschön und vor allem die Polarlichter für mich sagenhaft. Naturschauspiel, Sondergleichen. Viele Nächte bin ich draußen gestanden, den offenen Mund, habe mir die Lightshow angeguckt. Absolut bezaubernd. Zudem bin ich ein großer Tierfreund. Und mit den Huskys und den Schlitten durch diese Natur zu heizen, ist halt auf jeden Fall sehr viel anstrengender, als man sich vielleicht vorstellt. Aber es ist so cool. Also wirklich genial. Die Landschaft, ich habe es schon gesagt, für mich das Beste natürlich. Solche Sachen wie dieses Licht und dann diese Bäume, die quasi unter der Last des Schnees sich verformen und dann irgendwelche Skulpturen bilden. Bezaubernd. Ich hatte im Vorfeld meine Bedenken bei dieser Reise. Drei Monate im Winter und so weiter ist schon was. Aber ich habe an mich geglaubt und es hat sich definitiv gelohnt. Es bleibt weiß, aber diesmal ist es kein Schnee, sondern Salz. Das ist der Salado Juni in Bolivien. Und man muss wissen, das ist tatsächlich ein See. Da ist ein Meter hohes Wasser, aber es ist eine dicke, fette Salzschicht oben drauf. Die ist so dick, da kann man mit dem Auto drauf fahren. Und deswegen gibt es dort auch viele Touranbieter, die das eben anbieten. Wir wollten das Ganze allerdings auf eigene Faust machen und haben uns dann eben gegen so einen Touranbieter entschieden und sind mit einem eigenen Auto gefahren. Im Vorfeld gab es sehr viele Leute, die uns davon abgeraten haben. Das liegt vor allem daran, dass diese Salzschicht nicht durchgängig dick ist, sondern auch dünner wird und es sogenannte Ojos gibt, also so Salzaugen, sag ich mal. Und wenn man da mit dem Auto reinfährt, dann blubbert man vielleicht nicht direkt ins Wasser, aber man bricht sich vielleicht die Achse oder hat einen anderweitigen Unfall. Und das Gebiet ist so groß, die meiste Zeit sieht man wirklich nur weiß. Da funktioniert auch kein GPS, es gibt ja keine Straßen oder so und wir sind tatsächlich mit einem Kompass navigiert nach Himmelsrichtungen. Da das Gebiet so groß ist, sind dort Bilder, die mit der Perspektive spielen, äußerst beliebt. Aber man kriegt hier ein Gespür dafür, wie unendlich weit sich das Ganze anfühlt. In drei Tagen und zwei Nächten haben wir diesen See dann überquert und in dieser Zeit haben wir die absolute Einsamkeit kennengelernt. Es war wirklich, da existiert kein Tier auf dem Salz oder so. Da gibt es auch keine Lichter von irgendeiner Stadt oder irgendwas. Da hörst du auch keinen großen Lärm oder irgendwas, ein bisschen Wind oder so. Aber es ist, als ob du wärst auf einem anderen Planeten. Auch hier wieder. Es gab Risiken und ich würde es jetzt vielleicht nicht blindlings unbedingt jetzt, sag ich mal, ganz allgemein empfehlen. Aber ich finde, es sollte einfach jeder für sich selber entscheiden und sich nicht schon im Vorfeld von irgendwelchen Horrorszenarien abschrecken lassen. Während die beiden Beispiele gerade eben jetzt ein bisschen darauf abgezielt haben, dass man seine Angst vor Misserfolgen überwinden soll, geht es bei dem Bild darum, dass man es manchmal einfach besser weiß. Das ist ein Bild, was ich in Mexiko gesehen habe während der Reise auf einer Postkarte. Und ich fand es so schön, ich wollte das nachfotografieren. Also bin ich in diese Stadt gefahren, die nennt sich Chalula. Und als ich ankam, war es schon dunkel, es war der Himmel zugezogen, es waren Wolken. Und den Vulkan, den man jetzt hier im Bild sieht, den habe ich live überhaupt nicht gesehen. Also bin ich mit der Postkarte in der Hand in ein Geschäft gegangen und habe gefragt, bin ich hier richtig, wo kann ich das Foto aufnehmen, gibt es dann einen Aussichtspunkt. Der Mann, der Local, sagt dann zu mir, das ist eine Fotomontage. Das Bild hat mich extrem verwundert, also die Aussage hat mich extrem verwundert. Denn das war ein Local, das war ein erwachsener Mann, der hat da ein Geschäft gehabt und so weiter. Aber der hat nicht verstanden, wie sich die Brennweite von einem Teleobjektiv zum Beispiel auf die Tiefe in dem Bild auswirkt. Und er dachte, weil der Vulkan sehr weit weg ist, müsste der eben ganz klein im Bild sein. Für mich stand außer Frage, das Bild ist natürlich keine Montage und am nächsten Tag konnte ich diese Aufnahme dann dementsprechend auch umsetzen. Aber das war wieder mal einer der Punkte, wo ich gedacht habe, okay, man muss einfach an sich selber glauben und sich selber treu bleiben. Sich nicht von anderen irgendwelche Dinge ausquatschen lassen. Punkt 3. Bleibe hartnäckig und glaube an dich selbst. Wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht und ihr sitzt ja auch schon ein bisschen. Deswegen würde ich euch bitten, alle, die dazu körperlich in der Lage sind, einmal kurz aufzustehen. Sehr schön, vielen Dank. Erfragt euch jetzt, was möchtet ihr denn? Ehrlich gesagt, möchte ich nichts weiter, das war es eigentlich schon. Zum einen wollte ich euren Kreislauf noch mal kurz in Schwung bringen. Bitte schön, gern geschehen. Und zum anderen wollte ich euch noch mal ins Gedächtnis rufen, dass Aufstehen für euch eigentlich gar kein Problem ist. Ihr dürft euch wieder hinsetzen, versteht es nicht falsch. Ich meine damit nicht, dass ich euch jetzt verscheuchen will. Aber für die meisten Menschen ist Aufstehen easy. Aber denkt mal zurück oder an Kleinkinder, bis man so elegant stehen kann, wie wir jetzt gerade. Das braucht seine Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn es mal klappt, klar, easy. Dieses Bild aus dem Vilnoesttal in Südtirol steht stellvertretend für sehr, sehr viele meiner Fotografien. In der Landschaftsfotografie, da lernst du Geduld. Es gibt zu viele Faktoren, die kann man einfach nicht beeinflussen. Wind, Wetter, Wolken, all diese Dinge. Wer beim ersten Mal aufgibt, der hat im Prinzip verloren. Gleiche Situation, gleiche Location, gleicher Fotograf, gleiches Equipment. Sogar die gleiche Zeit. Alles gleich. Nur das Ergebnis, das ist ein anderes. Und was habe ich gemacht? Ich bin einfach an einem anderen Tag nochmal hin und habe es nochmal versucht. Cenoten sind Kalksteinhöhlen in Zentralamerika. Diese hier heißt Kula Celul Tun und befindet sich ein bisschen versteckt in Mexiko. Die meisten Cenoten sind mit Wasser gefüllt. Man kann darin schwimmen und tauchen. Wie man sieht, diese hier ist trocken. Aber alle Cenoten haben eines gemeinsam. Drinnen ist es dunkel. Es sind Höhlen. So. Um ein Foto zu machen, dort braucht man entweder einen Blitz. Das ist in der Landschaftsfotografie nicht so sinnvoll. Man könnte den ISO-Wert hochdrehen. Dadurch erreicht man allerdings eine schlechtere Bildqualität. Oder man könnte ein Stativ verwenden. Ich habe mich für die Option 3 ein Stativ entschieden. Das Problem war nur, diese Kula Celul Tun, dieser Cenote, darf man nur mit Guide betreten. Und Stative sind dort untersagt verboten. Was habe ich also getan? Ich habe mir einen Guide bei Seide genommen und konnte ihn im persönlichen Gespräch davon überzeugen, dass er nicht nur eine Einzelführung macht, sondern tatsächlich auch noch beide Augen zudrückt. Auch hier Durchhaltevermögen zahlt sich aus und bringt einen im Endeffekt dann auch weiter. Das Schöne ist, kurz nachdem ich dieses Bild veröffentlicht habe, hat sich die National Geographic bei mir gemeldet und hat dieses Bild dann auf eineinhalb Seiten in ihrem Magazin gedruckt. Eine sehr schöne Bestätigung für die eigene Arbeit. Da ich zu der Zeit unterwegs war, war meine Mutter mir so freundlich, ein Bild per Skype zu schicken von der Ausgabe. Tikal. Wahrscheinlich die geilste Maya-Stätte überhaupt. Sagenhaftes Gebiet, ganz ursprünglich. Dort gibt es tatsächlich noch Jaguare und Krokodile freilebend und so weiter. Alles ganz spannend. Die Sache ist, dort darf man auch nur mit Guide rein. Also haben wir einen Guide gebucht und am nächsten Tag hätte er uns eigentlich abholen sollen, hat aber nicht getan. Was also tun? Wir sind auf eigene Faust dorthin gefahren und da kommt man zu einer Schranke und da sind eben die Leute, die passen auf, dass man da nicht reingeht, wenn man da keinen Guide hat und so weiter. Was habe ich getan? 30 Minuten. Länger als dieser Talk hier. Eine halbe Stunde. Habe ich die bearbeitet und beackert, dass die uns reinlassen und tatsächlich nach einer halben Stunde haben sie aufgegeben und uns ohne Guide passieren lassen. Eigentlich ein Unding. Aber auch hier Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Punkt 4. Spontan sein, Chancen erkennen. In der Landschaftsfotografie gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ich persönlich plane ein Bild immer schon im Vorfeld voraus und überlege mir genau, wie das Bild aussieht, bevor ich zur Location fahre. Ich habe das dann schon genau visualisiert in meinem Kopf. In der Theorie auf jeden Fall. In der Praxis sieht es häufig ein bisschen anders aus. Deswegen in der Fotografie muss man spontan bleiben, auf Situationen flexibel reagieren und das Beste einfach aus dem machen, was man gerade hat. Es gibt aber auch noch andere Situationen, so wie diese, die einem einfach über den Weg laufen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin gefahren mit dem Auto und habe auf der Straße dann gesehen, okay, hier gehen diese Beams durch diesen Wald und verzaubern hier die Luft sozusagen und machen diesen schönen Effekt. Rechts herangefahren, Bild gemacht, spontanes Foto. Genauso hier. Natur macht mich fertig. Ich habe so etwas gar nicht gewusst, dass es so etwas überhaupt gibt. Ein Fluss, ein ausgerutschterter Fluss, der jetzt mit grünem Gras durchzogen ist. Die Location nie gesehen oder erwartet. Per Zufall draufgestolpert, spontanes Foto, ungeplant. Auch dieses hier sieht man vielleicht häufiger, aber nichtsdestotrotz ist es schön. Ein farbiger Himmel, der sich im Eis reflektiert, ungeplantes Foto, spontanes Bild. Und mein Favorit. Die Sonne, die in der Mitte des Fitz Roy untergeht und diesen krassen Halo-Effekt zaubert. Zu der Zeit, als ich dieses Bild gemacht habe, bin ich schon tagelang in diesem Gebiet unterwegs gewesen und habe den Berg fotografiert aus allen Winkeln bei Tag und Nacht. Aber als ich da runtergelaufen bin dann und diesen Effekt gesehen habe, wusste ich, das ist ein Killershot. Ich bin da hingelaufen, hingejoggt, dieses Bild gemacht und bis heute ist es einer meiner liebsten Bilder in meinem Portfolio. Aus einer spontanen Situation entstanden. Auch das ist eine Sache, die mich die Fotografie gelehrt hat. Spontane Sachen erkennen und dann vor allem auch diese zu nutzen. So langsam kommen wir zum Schluss. Das war es schon fast. Aber ich habe noch einen letzten wichtigen Punkt, den ich gern mit euch teilen möchte. Und zwar Punkt 5. Dankbar sein. Ist halt echt so. Wie wunderschön die Erde ist, habe ich erst geblickt durch den Sucher der Kamera. Und ich finde, man soll immer nach vorne gehen und versuchen, was zu reißen und irgendwie was zu machen und so weiter. Das ist alles wichtig. Aber den Blick fürs Ganze, den sollte man halt immer irgendwie behalten. Dankbar sein für das, was man hat und vor allem für die, mit denen man es teilen darf. Heute seid ihr das. Deshalb vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus